Intro Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic Und in einer weiteren Folge Villa mit Science Fiction Gang Dieses Mal noch Kreuzung, ja die Kreuzungsmodule bauen wir gerade Für die Villa oder beziehungsweise für die Sci-Fi Gänge der Villa Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen was bauen und beziehungsweise einfärben Wir sind noch nicht ganz fertig was das angeht Ja hier sind noch ein paar Kleinigkeiten zum Beispiel einzufärben Das müssen wir unbedingt noch machen Ist da überhaupt ein Loch? Ach guckt mal hier, hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht, sehe ich gerade Da müssen wir noch mal ein bisschen nachjustieren Da habe ich nämlich die falschen Blöcke eingesetzt Wer hätte es gedacht? Guckt mal hier, da müssen wir noch mal Das soll ja glatt sein oben Das soll ja vernünftig abschließen So dann müssen wir die natürlich auch wieder einfärben Das muss ich noch mal kurz erklären, was ich hier baue Für die Leute, die jetzt erst einschalten Ich baue ein modulares Gangsystem Aus relativ komplizierten Blockstrukturen und Anordnungen Das ich dann mit Hilfe des Lifts kopiere Und dann hintereinander so zusammenschweiße Dass eine sinnvolle Ganggestaltung entsteht Das Ganze wird auch im Workshop immer veröffentlicht Ihr könnt euch diese Sci-Fi-Gänge, diese Modularen dann auch runterladen Und könnt da quasi eure eigenen Gangsysteme damit bauen Das ist richtig cool Da könnt ihr richtig geile Laboranlagen damit bauen Und ihr braucht eigentlich nichts weiter zu tun, als das am richtigen Punkt zusammenzuschweißen Und dann passt das direkt aneinander Und ihr spart euch unglaublich viel Zeit Indem ihr das einfach Dupliziert Einfach nur durch reines Kopieren Und das ist eigentlich ziemlich cool Aber Moment, der Boden, der muss ja tatsächlich grau gefärbt werden Das hatten wir ja so gemacht Ich habe hier irgendwie gerade Einen kleinen Bug Wenn ich hier ganz viele Blöcke hintereinander einfärbe Dann blitzen die Lichter hier so Und dadurch sieht es so aus, als wenn da so Schwarzbilder drin sind Das ist fast schon ein bisschen Strobo-mäßig Aber ich muss ja mal sagen, ich hasse Stroboskoplichter Sowas hasse ich immer Ich könnte da immer auch in Clubs und so Ich könnte die da immer töten, wenn die Strobo anmachen Das ist so furchtbar Ich hasse das einfach Strobo ist einfach nur des Todes Killt bitte sämtliche Strobo-Lichter auf der Welt Ist so mein Aufruf Bitte rottet das Strobo-Licht aus Ich kann Strobo's nicht Ach das hier, das ist mir viel zu stressig irgendwie Das macht einen einfach Kürre So, ich weiß nicht Ich kann das nicht erklären Ich kann es nicht mal Ich kann es nicht mal erklären sachlich Warum das so ist Warum dieser Effekt so ist, ja Also warum einen das so aggro macht Aber ich hasse einfach Strobo-Lichter Das geht einfach gar nicht Das ist einfach nur hässlich und widerlich und scheiße Um mal ein bisschen gegen die Strobo-Lichter zu ranten Ja Also ich weiß auch immer nicht Wie kommt man auf so eine blöde Idee Lichter zum Flimmern zu bringen Also so schnell hintereinander Und dann so Furchtbar Ich mag auch den Effekt nicht Der dann entsteht Dass das dann so Freeze-Frame-mäßig aussieht Wenn man das filmt und so Das finde ich total scheiße Irgendwie immer Das ist immer so Weiß ich nicht Ich finde das immer total billig Egal Wahrscheinlich gibt es da draußen Aus Strobo-Fans Die habe ich jetzt alle komplett vergrault Auf jeden Fall sind wir jetzt hier fertig Mit der Einfärbaktion Das ist schon mal sehr nice Mh Mir gefällt trotzdem hier Diese Betonstruktur irgendwie nicht Ich glaube ich werde das Jetzt doch nochmal ersetzen Durch andere Blöcke Das geht ja ganz schnell Da machen wir mal hier diese Die Dinger hin Und Die Dinger Und Irgendwas rastet hier auch immer aus Irgendwelche Irgendwelche von den Schiebemechanismen Die ich hier noch an den anderen Stellen gebaut habe Vom Aufzug und so Irgendwas Irgendwas zuckt da in letzter Zeit immer Scrap Mechanic kriegt gerade das große Zucken quasi So das müssen wir hier auch nochmal weg machen Ich will das hier glatt haben Ich will diese Ecken und Kanten Die will ich glatt haben Wenn das so Textur hat irgendwie Die so zementig aussieht Ich finde das sieht immer nicht so geil aus Das sieht irgendwie so komisch aus Aber wartet mal Da müssen wir An den Ecken müssen wir das Ganze nochmal drehen Tatsächlich Sonst kann man da glaube ich reingucken In die Blöcke oder Nö es passt eigentlich Sieht okay aus Das nimmt man gar nicht wahr Da ist zwar ein kleines Loch Aber das nimmt man jetzt nicht so wahr Das ist schon okay Das passt Boah das Blitzen ey Das macht mich so körre Wirklich Das macht mich so wahnsinnig Das macht mich fertig Macht es mich Alter Es ist so heftig Dieses Flächen ey Fläsch So habe ich jetzt eigentlich alles weiß gefärbt Was weiß werden soll Ich glaube schon Müsste jetzt eigentlich alles fertig sein Genau Dann ist das jetzt die Kreuzungskomponente tatsächlich Für die Kreuzungen Und Dann würde ich doch mal sagen Machen wir doch jetzt einfach mal Da draus Das machen wir jetzt einfach mal Ein einzelnes Teil Und wie mache ich das jetzt Ich werde das jetzt einfach abschneiden Und zwar schneide ich das genau hier ab Also ich schneide jetzt in den Gang Der schon existiert Schneide ich jetzt einfach rein Und dann löst sich das Alter irgendwas stimmt hier nicht Habt ihr das gesehen Das irgendwas zuckt hier wie wild rum Ich schneide jetzt hier einfach In den Gang Der jetzt hier schon existiert Und wo ich das Mein Gott alter Was ist denn hier nur los Da fug Also irgendwas Haben die im letzten Patch verändert Das jetzt dazu führt Dass meine Meine Vorrichtungen Oben total ausrasten Irgendwas Irgendwas stimmt da nicht Irgendwas ist da Beängstigend schief gegangen Beim letzten Patch Aber jetzt hat es sich wieder Das Ding ist Es renkt sich dann auch immer Irgendwie wieder ein Hier der Lift jetzt auch wieder Der hat sich doch auch gerade verändert Der war doch erst hier Auf der Position Jetzt ist er wieder oben Jetzt fängt er wieder an auszurasten Also irgendwas stimmt da nicht Irgendwas haben sie kaputt gemacht Oh Gott Ich guck lieber nicht nach oben Wahrscheinlich wird das Spiel Gleich crashen oder so Oder es liegt einfach daran Dass jetzt hier der Lift aufgebaut ist Was sehr komisch wäre irgendwie Also ich kann mir das nicht erklären Wie das zusammenhängen soll Aber manchmal sind es ja Die seltsamsten Zusammenhänge Bei so Early Access Alpha Spielen Kann das die seltsamsten Ursachen haben Warum etwas ausrastet und rumbackt Sagen wir einfach Das sind die Gespenster des Early Access Die Geister der Alpha Die Alpha Geister sind das Vom Alpha Quadranten Oh Gott Es geht schon wieder los Das ist wie so Alter das ist wie so Spontane Zuckungen irgendwie Ich wage fast nicht das Wort Spassman zu sagen Aber das ist das was dem am nächsten kommt Irgendwie So warum Warum fällt das jetzt nicht runter Ich hab doch jetzt alles weggelöscht Hier Ich hab doch die ganze komplette Ah ne Hab ich nicht Hier fehlt noch was Das müssen wir noch weg machen Jetzt müsste es doch aber eigentlich runterfallen Oder nicht Wo wird das denn noch gehalten jetzt Wo wird das denn jetzt hier noch an dem Gang gehalten Achso ne Es liegt ja gar nicht mehr auf dem Lift Genau Ne stimmt Wartet mal Dann müssten wir Genau Jetzt können wir das hier einzeln nehmen Das können wir dann jetzt also löschen Das brauchen wir ja nicht mehr Und das hier ist jetzt das Corpus Delicti Und hier sehe ich gerade Hier muss noch was eingefärbt werden So Das können wir jetzt nochmal genau angucken Ob wir irgendwo was vergessen haben Hab ich irgendwo was vergessen Die Lichtstärke muss ich noch einstellen Ja die machen wir mal noch auf 10 runter Das ist sonst in der Mitte ein bisschen sehr hell Eine Stufe weniger Bei 4 Lichtern Macht schon einen bedeutenden Unterschied Ja das ist besser so Weil man muss ja auch bedenken Der Gang produziert ja auch nochmal Licht Und die Lichter hier in den Gängen Die hab ich auch nochmal auf 7 reduziert Die standen vorher auf 10 Das war auch noch zu viel Weil hier die Stellen Die waren immer überstrahlt schon direkt Das war immer alles viel zu hell Deswegen hab ich das nochmal entsprechend Runter gedreht So Jetzt nehmen wir diesen ganzen Spaß hier Auf den Lift Diese Kreuzung Die wir jetzt hier gebaut haben Und das Ganze wird jetzt abgespeichert Ich muss nochmal den Namen angucken Wartet mal Von dem Lift Wie hab ich das eigentlich benannt? Sci-Fi Gang V01 Part 01 Okay dann ist das jetzt Sci-Fi Gang V01 Part 02 Also Geben wir das mal ein Sci-Fi Gang V01 Nee warte mal Wie hab ich das jetzt genannt? Nochmal gucken Sorry Ich muss da jetzt ganz genau Genau Sci-Fi Gang Unterstrich V01 Unterstrich Part 01 So nochmal jetzt Ich muss da die Nomenklatur einhalten Sci-Fi Gang Unterstrich V01 Part 02 So Und dann gehen wir hier noch in die Description ein Spielbeers Sci-Fi Gang Kreuzung So mit Kreuzungen kann man da nämlich schon ziemlich viel anfangen Und im Prinzip kann man jetzt auch aus einer Kreuzung eine T-Kreuzung machen Und man kann aus der Kreuzung eine Kurve machen Das geht eigentlich recht leicht Wir müssen da nur ein paar kleinere Modifikationen vornehmen Und ja dann geht das eigentlich Ich werde jetzt aber diese Kreuzung schon mal einsetzen tatsächlich Und zwar hier genau an dieser Stelle Und hier backen echt diese Teile rum Guckt euch das mal an Wie da hier irgendwie das komplett nicht stimmt was hier passiert Vielleicht sollte ich mal spaßensalber einfach mal die ganze Decke hier Und vielleicht nicht die ganze aber Oh jetzt hab ich äh Was ist das jetzt hier? Was fällt hier runter? Das ist glaube ich das brauchen wir gar nicht hier Kann das sein? Dieses Teil das ist einfach nur überflüssig Ich glaube schon Ich lösche das mal Wie die Villa jetzt schon auseinander fällt Aber ich glaube das hat es jetzt schon behoben Das Problem Also irgendwas ist passiert Als ich diese Welt geladen habe Irgendwie waren diese Teile irgendwie reingeklitscht Oder es lag daran dass ich den Lift da drunter habe Und das hochgefahren habe Keine Ahnung Ich weiß es nicht Auf jeden Fall genau Ich wollte jetzt eigentlich das ganze anschweißen Und wir müssen dazu jetzt erstmal hier etwas frei löschen Wir müssen hier jetzt erstmal die ganze Schose hier löschen Und zwar so Bisschen großzügiger tatsächlich So jetzt haben wir hier ein riesiges klaffendes Loch Boah ich finde sowas ja immer total spooky ey Wenn so ein riesiges Loch klafft Ich finde auch leere Schwimmbecken immer total gruselig Kennt ihr das? Oder leere Räume Ich fand das früher immer beim Sportunterricht Fand ich das total gruselig Wenn ich der erste in der Halle war Wenn diese leere Halle vor mir ist Oder im Schwimmbad Wenn irgendwie mal Wartung ist Und das Schwimmbecken ist leer Sowas konnte ich einfach nicht Da konnte ich nicht hingucken Das ist so Da kriege ich so Ein ganz seltsames Unbehagliches Gefühl immer irgendwie Ich weiß nicht ob ihr das auch kennt Aber das ist so eine Art Platzangst Glaube ich Aber nicht so extrem Also ich komme damit schon irgendwie klar Aber das ist schon irgendwie unangenehm So jetzt müssen wir mal gucken Muss das jetzt richtig anschweißen So nehme ich Genau Das müsste passen Mich jetzt nicht alles täuscht Ja ich glaube das ist richtig Dann schweißen wir das jetzt mal an diese Stelle an Gespeichert haben wir es ja Haha Wunderschön Da haben wir die Kreuzung Und die fügt sich jetzt hier auch wunderschön ein Und jetzt können wir ja mal spaßensalber schauen Wie das ist wenn wir jetzt hier noch ein Gangteil ranschweißen Ähm Machen wir mal hier alles weg Das muss jetzt nämlich Das ist jetzt nämlich das Ding Daran erkennen wir jetzt ob wir es richtig gemacht haben Das Gangteil was ich jetzt hier ranschweiße Darf nicht kollidieren hier mit dem Gangteil Also es darf sich nicht gegenseitig irgendwie negieren Ja sonst haben wir nämlich das irgendwie falsch gemacht Dann hätte ich da Dann müsste ich da vielleicht bei dem Bei dem Gang nochmal was weglöschen Ja weil normalerweise soll sich das jetzt eigentlich Nahtlos aneinander fügen Wenn ihr versteht was ich meine Naja also das soll wirklich jetzt aneinander passen Ohne dass wir da nochmal nachjustieren müssen Das heißt ich lade jetzt einfach mal Das Gangteil nochmal Sci-Fi Gang 01 Part 01 So Und das müsste jetzt eigentlich Da ganz einfach dran gedengelt werden können Schauen wir mal Wir müssen es natürlich entsprechend drehen und so Ja das ist doch gar nicht schlecht Ah ok Da passt irgendwas nicht Ja es ist Überschneidet sich hier leicht Mit dem Nachbarteilstück Aber vielleicht können wir das beheben Indem wir das Ganze einfach verkehrt herum anschweißen Wartet mal Ähm Genau Denn hier Ne Moment Gerade wollte ich sagen Hier liegt es ja auch mit dieser Seite an Aber das tut es ja gar nicht Sehe ich gerade Es ist trotzdem die Frage Funktioniert es Wenn man es mit der anderen Seite anschweißt Womit hatte ich es jetzt? Mit der hatte ich es jetzt Ne Warte mal Probieren wir es mal mit der Seite Vielleicht geht das ja Äh Das geht auch nicht Okay Hä Ich lösche jetzt mal spaßenshalber Hier Diese Blöcke weg Die werden Ähm Die werden doch gebraucht Okay Ich lösche sie trotzdem mal weg Einfach mal um zu gucken Ob es dann funktioniert Mit dem Schweißen Mal schauen Mal schauen Geht das jetzt? Geht das jetzt? Geht das jetzt? Ja jetzt geht es Okay Wo ist der Fehler? Ah ich seh schon Hä? Okay das verstehe ich jetzt aber nicht Wieso ist das jetzt hier? Hä? Hab ich die nicht bündig dran gedengelt? Ah ne stimmt Ah ne stimmt Ich hab mich an Ah Okay Ihr seht wo ich den Fehler gemacht hab ne? Ihr seht welchen Fehler ich gemacht hab Ich hab hier diesen Balken als Orientierungspunkt genommen Ah scheiße Ah nein Nicht durchfallen Oh Gott Okay Aber das erklärt zumindest einiges Okay Hm Okay alles klar Ja gut da muss ich mal gucken Wie ich das jetzt löse Das Problem Da muss man halt dann doch Dann geht es halt doch nicht ganz so modular Da muss man halt genau gucken Von welcher Seite aus man Den Gang aufbaut Ja wie man da vorgeht Das ist halt so ein bisschen so eine Sache Aber Ich sag's mal so Das ist jetzt eigentlich im Grunde genommen Nichts Wo sind sie wo sind sie wo sind sie wo sind sie Hier Das kriegen wir alles hin Da müssen wir halt so ein bisschen noch Hand anlegen Wenn wir die Kreuzungen einfügen Das ist ja Ach ist ja okay Komm das geht ja Guckt mal Machen wir das einfach so Und hier auch noch Auf der Seite Und dann haben wir das Ganze Dann passt es ja trotzdem irgendwie noch halbwegs Das ist ja trotzdem noch okay Ist halt ein bisschen ärgerlich hier mit Hier passt es Also hier diese Blöcke passen aneinander Nur die hier halt jetzt nicht Aber das ist ja okay Dann haben wir jetzt einfach hier diese Strebe hinzugefügt Das ist Das geht schon irgendwie Das ist schon irgendwie okay Ich hatte das hier nicht mit berücksichtigt Beziehungsweise Ich hatte nicht mit berücksichtigt Dass hier ja die Wand Keine Keine Strebe hat Wenn ihr versteht was ich meine Das war der große Fehler Den ich gerade gemacht habe Aber an und für sich Funktioniert es nach wie vor Immer noch ganz gut Wir müssen halt hier jetzt drauf achten Dass wir hier dann eben diese Blöcke Noch hinzufügen Dass wir das so ein bisschen verstecken Was wir hier so ein bisschen Überstehen haben lassen Ja Das darf nicht so überstehen Das ist klar Das müssen wir dann natürlich auch Entsprechend wieder einfärben Das soll ja weiß sein Das soll ja nicht irgendwie grau sein Oder so Das soll ja nicht die Standardfarbe sein So Das wird schön eingefärbt Hier an dieser Stelle Und dann Ja Dann sind wir eigentlich Fertig Dann haben wir es zumindest So halbwegs geschafft Würde ich sagen Und ja Dann haben wir jetzt hier Auf jeden Fall schon mal Eine Kreuzung Also man könnte jetzt zum Beispiel Hier an diese Stelle Könnte man jetzt zum Beispiel Eine Tür einfügen Eine Schleuse oder so Ja Und das ist ja jetzt eigentlich das Was ich eigentlich machen möchte In dieser Folge Ja Ich möchte Schleusen Bauen Beziehungsweise Türen Und die möchte ich cool bauen Und Das machen wir Indem wir Ja Indem wir den Lift nehmen Und da schon mal So einen kleinen Rahmen vorbereiten Da müssen wir uns natürlich Wieder an der Breite orientieren Die wir hier haben Und wir müssen Einen Türrahmen bauen Der sich hier Auch einfügt Entsprechend Damit das alles auch zusammenpasst Ja Weil wenn jetzt hier zum Beispiel Eine Schiebetür Wenn wir die jetzt hier bauen Dann würde die ja hier blockieren Das heißt wir müssen auch Diese Wand hier berücksichtigen Dass da eine Wand ist Das heißt die Schiebetür Darf frühestens erst hier In dieser Reihe anfangen Und nicht hier in dieser Reihe Das sind alles Dinge Die müssen wir jetzt machen Ja Das machen wir Auf einem extra Rahmen Machen wir dann In der nächsten Folge quasi In der Folge werden wir Das nicht mehr schaffen Ich würde jetzt eigentlich Am liebsten fast noch Hier ein bisschen einfärben Weil wir gerade Eh noch ein bisschen Zeit haben In der Folge Ah ne Moment Das ist ja hellgrau Genau Das habe ich ganz vergessen Das wird ja hellgrau gefärbt Nicht hellblau Hellgrau Mein Gott Hier blitzt es aber nicht Seht ihr das Wenn ich hier jetzt Ganz viele Blöcke Hintereinander einfärbe Fängt es nicht an zu blitzen Da mal kein Stroboskop Das ist ja seltsam Woran lag das denn da Mit diesem Stroboskoplicht Das verstehe ich gar nicht Ist ja wieder mal So ein ganz komischer Bug hier Wahrscheinlich Ah das kann sein Weil die Weil die Sachen Auf dem Lift standen Vielleicht hat es deswegen Geblitzt Da hinten Als wir das eingefärbt haben Das kann natürlich sein Das äh Das will ich nicht ausschließen Dass es daran lag Vielleicht ist das der Grund Oder weil das Weil der Lift nur in der Nähe stand Das kann auch sein Ich weiß es nicht Ich kann da nur spekulieren Ja Spekulatius kann ich da noch machen Keine Ahnung Ich weiß es nicht Vielleicht wisst ihr es ja Woran das liegt Mit dem Strobolicht Wir haben ja immer Scrap Mechanic Experten Auch in den Kommentaren Die diese Fragen beantworten können So aber ich würde sagen An der Stelle ist jetzt Tatsächlich die Folge zu Ende Wir sehen uns wieder In der nächsten Folge Scrap Mechanic Und dann würde ich sagen Bauen wir die Sci-Fi Tür Die lange angekündigte Mit Rahmen Mit Türrahmen Und mit allem drum und dran Allen Features Die dazugehören Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic Bis dann Ciao Ciao Ciao